Ja, mein Schutzanzug, mein Schutzanzug. Ich mag meinen Schutzanzug. Oh, der fliegt wahrscheinlich zurück hier. Wo ist er hin? Oh, da in die Ecke. Direkt da in die Ecke. What? Und bumm. Mit der Schubflinte hin. Komm, hab ich hier überhaupt die Möglichkeit mal aufzuhören oder kommen einfach immer neue? Ich meine, irgendwie will das nicht mehr enden hier. Ja, nein, vielleicht. Hallo? Oh. So, dann hier mal ge-cleared. Gut. Jetzt kommt halt der Typ mit dem Raketenwerfer. Aus. Ich lass den Raketenwerfer mal liegen, ne? Ich will mich nicht selber töten. Kämpf mich ja. Die Einrichtung ist gut. Sie ist sicher die einzige Möglichkeit, die Flut auszulassen. Ja, so gut durchdacht ist sie nicht. Ich meine... Da hat ja irgendwie... Da hat die Flut... Ja, all die Aliens und Menschen infiziert, die hier auf mich zurennen. Haben die in der Stadt überfallen oder was? Und dann haben sie alle hier gelagert oder wie? Oder waren die schon vorher hier? In der Einrichtung? Die müssen ja irgendwas gegen... Wann müssen die ja infiziert haben? Die können ja nicht einfach... Also... Die sind ja nicht einfach da. So. Hallo? Hier sind wir jetzt. Alle infiziert und so. Scheiße, noch eins. Ich lauf jetzt einfach durch. Tschö. Oh, scheiße. Hier kommen ja noch mehr. Hier gehen wir weiter hier. Ja? Okay. Schön. Ihr dürft nicht. Aus. Da bleiben. Sehr gut. Bleiben jetzt unten. Wir müssen ja nicht alle mit. Pfff. 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 Ja, 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 ja. Ich möchte aber nicht mit dem Aufzug fahren. Ich möchte nicht hier sein. Pff. Mag die Flatt nicht. Sie ist gruselig. Pff. 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 weil sie die urten sehen ist die allianz aus trottel da nein ich muss wieder unten mag die klinge nicht sicher wieder so ein dicker hier um die ecke weit hinten viele freunde eine gut platzierte granate das ändern wir das üben wir noch es ginge besser tatsächlich wow scheiße darf mich keiner dieser kleiner wischen wenn jetzt einer an mir klebt dann ist fertig er sagt mir das leben aus aha schön dass es euch ja noch gibt hier wieder mal hier richtig also er hat zwar von von stufe 2 waffen geredet aber ich finde meine schrotflinte ist doch eine mindestens eine stufe 10 hier und dass diese laser konstrukte mit denen sie hier rum ballern ist jetzt auch nicht unbedingt stufe 12 da bin ich jetzt da bin ich jetzt ganz also nicht so wo 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 Machen wir mal auf! Bin ich überhaupt richtig? Scheiße. Habt ihr was gehört? Ja. Die Grenzen sind zu gefährlich, um sie einfach so freizusetzen. Wo? Aus! Lass das! Fliegen, wollte ich sagen. Ja, das lassen wir gleich von Anfang an schon mal leben hier. Ah, das sind Probestücke hier. Die sehen aber schon verdächtig nach Allianz und Menschen aus. Wow! Das ist nicht gut! Ja, Nexus, lass mal auf Legendär spielen! Nichts! Ja! Ja, jetzt im Dach! Ich hab's gehört! Ja, jetzt im jetzt. Wie ist es? Ich hab's nicht gefehlt! Ja! Ich hab's hier gehört! Ich hab's hier. Ich hab's hier. war kein fehler schön hier tolle studien ganz coole sache wie viele türen noch man diese einrichtung wurde errichtet um die platz zu erforschen und einzudämmen es freut dich dass einige der platz sich fortpflanzen konnten klar meine wer mag das nicht flat sex geil also da werde ich auch immer ganz wuschig oder so die platz wenn sie eine schrotflinte hat das ist das ist schlimmer als jeder panzer steckt mich jetzt einfach hier hier können sie granate haben aus böse flat da liegen resten da da war liegen bleiben fliegende flatt darüber reden wir noch mal ob er ein genie ist darüber reden wir noch mal ich werde die sicherheit verliegen um die aktivieren passen Sie hier ok ok willkommen to my world ow 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 anow fliebensbogte da nach holy moly da sind ja zwei Schotflinten packts eigentlich wo haben die eigentlich die ganzen Schotflinten her ach du heiliges Lieschen aus die Tür ist offen oh mein gott bleiben Sie mir nähe zeitlich hua da machen wir mal eine bombe draus vor die hier die die Das war's für heute. Weil da noch Zeiten, als sie noch Humor hatten. Vierter Stock. Waffen, Wehrzeuge und Schlüssel für Superwaffen. Ja, ihr juckt mich eigentlich. Autsch. Nicht so sehr. Das sind ehrlich gesagt mehr die, die schießen können, die ein Problem darstellen. Ja, da kommen wir nicht durch. Wir laufen. Lass den meisten Krimskrams von hier stehen. Schön. Schön! Oh Gott, wie denn die Tür? Oh, super. Hm. Schaut. Woop. boom boom wow wir auf den richtigen moment gewartet oder was die tür mal schneller auf uiuiui ok super Wie bitte? Also unser Schiff. Also die Pillow of Orson. Nehme ich an. Verdammt normal. Ist es... Nein, von wo muss ich jetzt starten? Von wo, wo, wo? Nein. Ah, okay. So weit weg ist es gar nicht, sehe ich gerade. Doch. Da hätte ich jetzt nichts anderes gesagt dazu. Das Problem ist, dass wir... Oh, oh, oh. Wuhu. Holy come. Wuhu. Nein. Ich mag nicht sterben. Aus. Scheiße, noch eins. Was gibt es hier hinten eigentlich? Viel nichts. Ja, das ist schön. Eine riesige Anlage, wo sich die Flatt einrichten konnte. Also, da ist der. So. Böse. Sehr böse. Okay. Ich hoffe, ich habe ihn in die Waffe weggeschossen, sonst habe ich gar nicht ein Problem. Nein, aber ich habe ihn zum Glück noch erwischt. Nein, das ist... Nein, das ist... Boah, da oben steht halt noch einer mit. Du Umgewehr. Scheiße. Gerade etwas hektisch. Nur ein bisschen. Aber glanzvoll wie immer. Die Ruhe selbst. Oder so. Die meiste Zeit, umhinde ist dann Schrotflinder. Braucht, ne? Darf ich hier mal ganz kurz die Munition mobsen? Du kannst mal das halten, dank Böö. So, wo ist das blöde Scheiß-Lichtlein am Himmel? Boah, da hinten, wo noch mehr sind. Hier. Hier. Ich glaube, ich muss sie gar nicht töten. Ich kann auch noch durchlaufen, ne? Aber jetzt. Die Energieschranke und den Index wird deaktiviert, sobald wir das Erdgeschoss erreichen. Sie haben jetzt Zugriff auf den Index. Ich nehme den Indexwert des Transports an mich. Organische Lebensformen sind für Infektionen anfällig. Der Index darf nicht in die Hände der Flatt gelangen, bevor wir den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktivieren. Die Flatten breiten sich aus, also Tempo. Und das really ist das applies. Der Jetzt zuıy, dass die Flatten vom..